Hallo liebe Insider, heute schauen wir uns das Asus Rogue Rampage 6 Extreme Encore an. Dies vergleichen wir mit dem Asus Rogue Rampage 6 Extreme Omega. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben das Asus Rogue Rampage 6 Extreme Encore schon vor uns stehen. Das Encore ist mit 689 Euro 80 Euro teurer als das Rogue Rampage 6 Extreme Omega. Und was die Unterschiede sind, schauen wir uns in diesem Video an. Und natürlich vergleichen wir das Ganze auch mit dem Rogue Rampage 6 Extreme Omega, was wir auch noch hier zur Verfügung haben. Dann schauen wir uns als nächstes einmal die Verpackung des Rogue Rampage 6 Extreme Encore an, beziehungsweise den Inhalt dessen. Wie bei jedem Rampage 6 ist die Verpackung hier wieder schwarz-rot gehalten, mit dem schönen krummen Look hier bei der Beschriftung. Ja, was finden wir in der Verpackung? Kein Mainboard, weil das Mainboard schon daneben liegt. Falls sich jetzt jemand erschrocken hat, schauen wir einmal hier rein. Hier drin haben wir das Handbuch, Aufkleber und wieder hier den Bierdeckel oder Untersetzer für diejenigen, die dazu nicht Bierdeckel sagen möchten. Für mich ist es ein Bierdeckel. Dann haben wir hier einmal das Rogue Dim.2 Modul. Da kommen die 1.2 SSDs drauf oder rein, weil hier sind ja noch die Kühler auf dem Modul drauf. Bei dem Rampage 6 Extreme Apex waren die Kühler noch nicht drauf. Hier bei dem sind wir da drauf. Dann legen wir das Ganze mal wieder rein. Das Ganze kühlt auch sehr gut. Das hatten wir auch schon beim Extreme Omega getestet. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier einmal ein Fan Hub, beziehungsweise auch für LEDs. Dann haben wir hier Schrauben für die 1.2 SSDs, müssen wir natürlich haben. Dann haben wir SATA Kabel und Verlängerungen für die RGB LEDs, beziehungsweise Stripes, also was auch immer, ob ihr Stripes oder Lüfter verwenden wollt. Dann haben wir hier noch einmal einen Adapter von USB 3.0 auf 2.0, würde ich behaupten. Dann eine Verlängerung für Lüfter Kabel. Dann haben wir hier einmal das Kabel für den Fan Hub. Dann haben wir hier einen Adapter. Wozu der ist, schauen wir uns später nochmal an. Deswegen legen wir den zur Seite und dann noch einmal ein SATA Kabel. Und dann haben wir hier, wie beim Extreme Omega, ich weiß schon was drin ist. Vielleicht der eine oder andere von euch auch. Und zwar haben wir hier noch ein Werkzeug drin. Das können wir uns gleich auch mal anschauen. Sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus, wie beim Omega. Zumindest was ich da jetzt so sehen kann. Nehmen wir die ganzen Kabel mal wieder rein. Die brauchen wir nicht. Und dann haben wir noch einmal die Wi-Fi Antenne dabei. Ja, dann schauen wir uns mal als nächstes das Mainboard an. Ja, bevor wir uns jetzt das Extreme Encore etwas genauer anschauen. Hier mal kurz der Vergleich zwischen zwei Mainboards. Hier haben wir das Extreme Omega. Hier das Extreme Encore. Also von der Optik natürlich ein bisschen anders. Wir haben hier eine Chromblende. Und hier ist sie noch schwarz gehalten. Dann ist auch hier die Optik anders gehalten. Hier haben wir zwar auch ein OLED-Display. Das ist beim Extreme Encore ein bisschen größer. Dann haben wir hier oben den Chrom-Effekt nochmal. Das haben wir beim Omega nicht. Ja, was den Kühler betrifft, der sieht ziemlich gleich aus. Da werden wir dann auch nochmal schauen im Detail, ob das hier ein Unterschied ist. Ja, PC-Express-Anschlüsse sind, was die X6-Fach betrifft, gleich gehalten. Der X4-Fach ist beim Encore ein bisschen höher. Ja, die Strom-Anschlüsse, das seht ihr jetzt noch nicht. Die sind beim Encore weiter oben. Ich meine, die sind beim Omega etwas weiter oben. Also hier hinterm Kühler. Beim Encore sitzen die hier. Und ihr habt zusätzlich zu den zwei 8-Pin auch noch einen 6-Pin. Dazu aber gleich später mehr. Dann haben wir hier noch zwei USB 3.1 Generation 2. Hier haben wir nur einen fürs Front-Panel. Dann haben wir bei beiden aber USB 3.0 zwei Anschlüsse fürs Front-Panel. Was jetzt hier wegfällt beim Encore ist, dass wir nur einen USB 2.0 haben. Der 4-Pin Molex, der ist bei beiden Mainboards gleich. Was die SATA-Anschlüsse angeht, so haben wir beim Encore zwei mehr. Und dann können wir das Ganze nochmal vom IO-Panel aus betrachten. Ja, und wenn wir einen Blick aufs IO-Panel werfen, dann sehen wir, dass wir hier einen USB-Typ 10 mehr haben. Dazu erzähle ich aber gleich noch etwas. Ansonsten sieht das Ganze ziemlich gleich aus. Aber jetzt schauen wir uns das Encore mal im Detail an. Dann schauen wir uns das Rogue Rampage 6 Extreme Encore mal im Detail an. Wie eben erwähnt, wir haben drei mechanische X16-fach Slots und einen X4-fach Slot. Ich zeige euch jetzt mal im Handbuch, wie das Ganze angebunden ist. Vorher muss ich noch erwähnen, dass hier auch unter der Blende oder unter dem Kühler besser gesagt, der ziemlich massiv ist, noch zwei M.2 SSDs verbaut werden können. Das werden wir uns nachher natürlich auch nochmal im Detail anschauen. Zusätzlich können wir hier in dem Rogue Dim.2 auch noch das Modul mit zwei M.2 SSDs verbauen. Allerdings gibt es da Beschränkungen. Das zeige ich euch jetzt mal hier in der Beschreibung. Ihr seht, dass je nach Prozessor die Anbindungen anders sind. Zum Beispiel mit einer 28 Lane CPU sieht es zumindest laut Beschreibung so aus, dass die Rogue Dim.2 Module hier nicht laufen und ihr dann schon eine CPU mit 44 Lanes haben müsst. Ob das dann nachher wirklich ist, schauen wir uns an. Also hier wird auch nicht beschrieben, was das V heißt. Vielleicht weiß es der ein oder andere von euch. Dann der M.2 Slot 2. Der muss die Lanes mit dem X4-fach Slot teilen. Also seid ihr hier auch nochmal beschränkt. Allerdings, wenn ihr den größten Prozessor habt, den ihr euch sehr wahrscheinlich kaufen werdet, wenn ihr euch einen 700 Euro Mainboard kauft, also seid ihr schon enthusiast, gehe ich mal stark von aus, dann ist das eigentlich wurscht. Und von daher könnt ihr hier alles so nutzen, wie ihr es braucht. Beim Maximalausbau, wenn wir jetzt Dual VGA haben, läuft der obere mit 16 Lanes, der untere mit 16 Lanes. Und wenn wir Triple VGA haben, haben wir im besten Fall die oberen beiden mit 16 Lanes und den unteren mit 8 Lanes. Kommt aber auch wieder darauf an, ob ihr hier auf dem Mainboard noch zusätzlich eine vierte M.2 verbauen wollt. Dann seid ihr wieder ein bisschen beschränkt. Dann habt ihr nämlich nur 4 Lanes hier auf dem. Aber ihr könnt das ja alles hier entnehmen, könnt Pause drücken, wenn ihr mal genau hinschauen wollt. Oder auf der Asus-Seite findet ihr das Ganze natürlich auch in digitaler Form. Ja, dann schauen wir nochmal genauer hin. Wir haben auf dem Mainboard einen Dual BIOS. Dann haben wir einige Funktionen für LN2 Nutzer. Wir haben den Save Boot, der sehr nützlich sein kann, der Retrie-Button. Dann BIOS-Switch. Dann haben wir einen Startknopf. Hier war eigentlich immer der Reset-Taster. Den hatten wir beim Omega auch noch. Das ist jetzt hier ein Flex-Key. Den können wir beliebig konfigurieren. Also muss nicht unbedingt Reset sein. Ja, wie schon erwähnt auf dem Mainboard haben wir ein USB 2.0, zwei 3.0 und zwei 3.1 Generation 2. Im Übrigen ist hier auch ein Real-Tech RC-S1220 Soundchip verbaut. Den kennt ihr ja schon vom Omega und von einigen anderen Asus-Mainboards. Dann haben wir auf dem Mainboard auch 8 Lüfter-Anschlüsse. Zusätzlich mit dem Fan-Hub könnt ihr somit sogar 14 Lüfter hier verbauen. Was mehr als ausreichend sein dürfte. Ja, dann haben wir auch noch hier unten und oben jeweils zwei Anschlüsse für RGB-LEDs. Zusätzlich mit denen auf dem Fan-Hub habt ihr somit sieben. Also hier ist wirklich genug Spielraum für Lüfter und RGB-Beleuchtung. Ja, wie schon erwähnt habt ihr den 4-Pin Molex. Dann natürlich den 24-Pin, was sonst. Und dann zwei 8-Pin, die jeweils 384 Watt liefern können. Und hier oben noch ein 6-Pin-PC-Express-Anschluss, das das Ganze dann nochmal zusätzlich mit Strom versorgt. Der untere ist übrigens, falls ihr euch fragt, wofür, ein 4-Pin Molex. Wenn ihr drei Grafikkarten verbaut habt, dann werden die PC-Express-Lots nochmal zusätzlich mit Strom versorgt. Das kann ganz nützlich sein. Ja, Sensoren für den Wasserfluss und Anschlüsse für Temperatursensoren habt ihr natürlich auch. Ja, was ich auch ziemlich cool finde, was ich sogar glaube ich beim Omega bemängelt habe, dass nur 6 Satanschlüsse vorhanden waren. Hier sind ganze 8 verbaut. Und dann gucken wir uns hier mal den Kühler an. Erstmal von außen. Also der ist genauso massiv wie beim Xtreme Omega. Also der wird einiges wegkühlen. Und da ja auch nicht größere Prozessoren kommen, also maximal ein 18 Kerner für das Board, beziehungsweise schon verfügbar sind. Also ihr könnt ja hier auch ein 7.980 XE, 9.980 XE oder dann 10.980 XE verbauen. Und natürlich auch die kleineren Modelle, je nach Serie. Ja, dann auf der Rückseite haben wir natürlich auch eine Backplate, die auch die Spannungsversorgung mitkühlt von der Rückseite. Und dann schauen wir uns zum Schluss nochmal das I.O.-Panel im Detail an. Dazu halte ich das Ganze euch hier mal vor die Kamera. Ja, wir haben hier insgesamt 8 USB 3.1 Generation 1 oder 3.2 Generation 1, wie ihr es auch nennen möchtet. Dann haben wir ein USB 3.1 Generation 2, also 10 Gigabit. Dann haben wir noch einen weiteren 10 Gigabit mit Typ C Anschluss. Dann haben wir ein USB 2.0, der ist für das BIOS Flashback. Einfach Stick hier reinstecken und den Taster drücken. Und dann könnt ihr das Ganze flashen. Und was Besonderes, dass wir so auch nicht auf dem Xtreme Omega haben, ist ein 20 Gigabit Anschluss. Das ist der sogenannte 2x2 Anschluss, also 2x10 Gigabit, falls wer es braucht. Also finde ich schon super, dass hier ein 20 Gigabit Anschluss drauf ist. Dann haben wir auch noch einen 1 Gigabit Anschluss fürs Netzwerk, das WiFi 6 Modul und ein 10 Gigabit Anschluss, der über einer Quantial Chip zur Verfügung gestellt wird. Natürlich haben wir dann noch 5 Klinken Anschlüsse und ein SPDF Optical Out. Und als nächstes werfen wir mal einen Blick unter die Haube und gucken, ob die Spannungsversorgung sich hier verbessert hat im Vergleich zum Xtreme Omega oder ob es hier genau dasselbe ist. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben schon alles auseinandergenommen. Wir haben hier die Backplate, wir sehen hier die Anschlüsse für die RGB Beleuchtung, die ist ja hier an der Backplate angebracht. Dann sehen wir oben den kühlenden Teil, also der kühlt die Rückseite der Spannungsversorgung. Wir sehen auch, dass ein paar Bauteile hier ins Thermalite Pad eindringen. Hier haben wir einmal den Teil, der hier die Soundkarte abdeckt, dann den Kühler für die M.2 SSDs, also es ist auch sehr robust, man kann nicht einfach durchbiegen. Also das ist schon mal sehr gut. Wie ihr seht, hier könnt ihr maximal 80 mm lange M.2 SSDs verbauen. Und dann holen wir mal den Kühler der Spannungsversorgung. Hier wurde ein bisschen sich vertan, würde ich jetzt nicht sagen. Da ist ein kleiner Fehler passiert, ein kleines Malheur. Und zwar lag das Wärmeleitpad hier so drüber. So wurde die letzte Power Stage nicht mitgekühlt. Aber dennoch hätte das wahrscheinlich ausgereicht. Auch wenn die Power Stage nicht mitgekühlt wird. Und hier haben wir einmal das Wärmeleitpad für den Anquantia Chip, der die 10 Gigabit Schnittstelle zur Verfügung stellt. Dann haben wir auch übrigens noch hier ein paar Asmedia Chips, die die USB-Ports bereitstellen. Hier sind die Anschlüsse für das OLED Display und für die RGB Beleuchtung. Und dann werfen wir auch mal direkt einen Blick auf die Spannungsversorgung. Werfen habe ich noch was ganz vergessen. Hatten wir hier einmal den Stromadapter. Der ist für den Fan Hub, also die Extension Card, wo wir die Lüfter anschließen können. Und dann hatten wir ja auch diesen netten Schraubenzieher. Der sieht ein bisschen anders aus als vom Omega. Das war der vom Omega. Hier konnten wir nichts wechseln. Und bei dem haben wir Bits, einen kurzen und einen längeren, also Kreuz. Natürlich darf hier auch Republic of Gamers nicht fehlen. Auf jeden Fall sehr schick und sehr griffig vor allem. Also man kann ihn auf jeden Fall benutzen, wenn man mit vier Schrauben den Kühler für die M.2 SSDs lösen möchte. Dann wie gesagt, werfen wir einen Blick auf die Spannungsversorgung. Ja, schauen wir uns die Spannungsversorgung an. Wir haben hier 16 mal die TDA21472 Power Stages verbaut. Die haben 70 Ampere. Dann haben wir den ASP1905 von DigiPlus. Leider können wir hier auch nichts sagen. Der war ja schon auf dem ASUS Prime X299 Edition 30 verbaut. Und auf dem X299 Gaming 2. Allerdings finden wir immer noch keine genauen Details über diesen BWM Controller. Wir gehen aber davon aus, dass er acht Phasen steuern kann. Da ASUS selbst die ganze Spannungsversorgung hier mit Team Power Stages bewirbt. Und damit immer jeweils zwei Power Stages gleichzeitig angesprochen werden. Das heißt, wir haben im Prinzip eine echte acht Phasen Spannungsversorgung. Obwohl wir hier auch noch den DigiPlus ASP1405 verbaut haben. Der kann auch acht Phasen ansteuern. Ja, wir gehen aber davon aus, wenn ASUS schon damit wirbt, dass hier nur der zuständig ist und das Ganze hier versorgt. Wir können auch natürlich mal auf der Rückseite gucken, wie die Patina da aussieht. Und wir sehen ja oben auch schon, dass hier keine Doppler verwendet werden. Wir haben hier ein paar Kondensatoren, ein paar Widerstände und das war es dann auch schon. Ja, und von daher sind wir stark davon aus, dass hier wirklich nur acht Phasen zuständig sind. Allerdings ist das immer noch ausreichend. Wir haben ja schon bei dem Omega gesehen, dass das bei der Spannungsversorgung ausreichend war. Und das Omega, das hat IR3555M verbaut. Die haben 60 Ampere. Und somit haben wir hier pro Power Stage 10 Ampere mehr. In der Summe macht das natürlich dann 160 Ampere mehr, was wirklich gut ist. Beim Omega waren auch zwei PWM Controller verbaut. Zweimal der 1405, aber hier ist dann halt einmal der 1905 und 1405. Und wir werden dann einmal schauen, wie sich das Ganze in der Praxis legt. Ich denke, dass da es in der Praxis besser sein wird. Ja, testen werden wir das Ganze mit einem Intel i9-7080XE. Wenn ich mich richtig erinnern kann, hatten wir das Omega mit einem 9980XE getestet. Aber das macht jetzt nicht so einen großen Unterschied. Wir werden natürlich den Prozessor überattacken. Und dann mal schauen, wie warm das Ganze hier wird. Wie man sehen kann, wir haben jetzt Prime 95 ganze 20 Minuten lang laufen lassen. Und der CPU-Takt liegt bei 3,4 GHz, also der Standard-Takt. Wir haben eine durchschnittliche CPU-Temperatur von 47 Grad. Und wie wir unten auch schon am VRM-Sensor sehen, liegt dieser bei 47. Die Rückseite vom Mainboard hat ca. 50 Grad. Wir werden das Ganze jetzt gleich nochmal händisch messen. Wir bekommen hier eine CPU-Package-Power von ca. 200 Watt angezeigt. Der VRM-Sensor beim Omega, allerdings mit dem 9980XE, der im Prinzip das gleiche ist wie im 7980XE, nur ein bisschen höheren Takt hat, lag etwas höher als hier beim Encore. Beim Omega waren es 53 Grad. Und die Wandler, also die Kühler der Spannungsversorgung hatten 42 und 47 Grad. Und wir werden mal messen, wie das Ganze jetzt hier beim Encore aussieht. Wir zeigen euch auch, wie ihr sehen könnt, das Mainboard auch im Dunkeln. Bevor wir jetzt die Temperatur messen, zeige ich euch einmal hier das OLED-Display. Es ist größer wie beim Omega und dementsprechend ist hier auch meiner Meinung nach mehr möglich. Und es ist deutlich sichtbarer. Man sieht natürlich auch hier schon die CPU-Temperatur von 47 Grad. Unten im Bereich haben wir einmal den Chipsers-Kühler mit RGB-Beleuchtung ausgestattet. Sieht natürlich sehr schön aus, hat unten sowie oben einen 3D-Effekt. Und dann ist die Rückseite vom Mainboard nochmal beleuchtet. So, und jetzt schauen wir uns mal die Temperatur an. Wie ihr sehen könnt, wir bekommen hier maximal 31 Grad angezeigt. Und der Kühler oben hat ca. 40 Grad, 41. Hier haben wir 43 am Ende des Kühlers. Also es ist auf jeden Fall kühler als beim Omega. Allerdings ist der Prozessor auch ein bisschen niedriger getaktet. Und wie man sehen kann, liegt auch eine CPU-Spannung von 0,978 Volt an. Wir werden das Ganze jetzt nochmal übertakten und uns dann mal anschauen, wie das läuft. Ja, wir zielen so ca. 4,3, 4,4 GHz an. Also das, was möglich ist hier mit der AIO. Den gleichen Prozessor hatten wir schon mal vor zwei Jahren, der hier verbaut ist. Und da waren damals 4,5, 4,55 möglich. Allerdings mit einer Custom-Wasserkühlung. Und das werden wir hier mit dieser Kühlung, die wir jetzt verbaut haben, nicht erreichen. Aber dennoch können wir ungefähr absehen, wie gut die Spannungsversorgung hier ist, beziehungsweise dessen Kühlung. Und ja, dann schauen wir uns das jetzt mal an, wie das mit OC aussieht. Ja, wie ihr sehen könnt, wir haben den Prozessor jetzt auf 4,4 GHz übertaktet, bei einer Spannung von 1,175 Volt. Leider ist nicht mehr möglich. Wir sehen auch direkt, warum. Und zwar erreichen wir Temperaturen, die am Maximum liegen. Also 102 Grad ist nicht gerade kühl. Dementsprechend konnten wir auch nicht hier mit der Spannung und mit dem Takt gehen. Ja, die TDP, also die CPU-Package-Power liegt jetzt bei 360 Watt. Der Verbrauch des Systems liegt bei ca. 550, also das gesamte System. Und wir erreichen eine VAM-Temperatur von 69 Grad, die uns hier angezeigt wird. Ja, beim Omega waren das 76 Grad. Allerdings waren das andere Umstände. Wir hatten mehr CPU-Spannung, obwohl man das nicht von CPU zu CPU vergleichen kann. Ihr könnt zwei, die gleich Prozessoren haben, also 9080 XE, beiden 1,25 Volt geben und trotzdem verbraucht der eine Prozessor mehr als der andere. Und was wir bei dem System auch noch anders haben, wie bei dem anderen, ist, dass wir zuvor halt mehr Lüfter verbaut hatten. Dementsprechend der Airflow anders war. Und wie gesagt, die Kühlung war anders. Also die Prozessorkühlung. Ja, beim Omega hatten wir mit dem 9980 XE bei 1,25 Volt eine Temperatur von 76 Grad. Bei dem VAM-Sensor, der hier angezeigt wird. Und auf den Kühlern hatten wir maximal 84 Grad gemessen. Auf der Rückseite vom Mainboard haben wir 72 Grad. Und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze hier bei den Kühlern vorne aussieht. Also der Kühler ist 36 Grad warm. Und beim Kühler messen wir 57, 56 Grad. Ja, also wir sind auf jeden Fall unter 60 Grad. Und das ist wirklich ein super Wert. Wir müssen überlegen, wir haben hier 18 Kerne. Eine CPU-Package, Power von 360 Watt. Und liegen unter 60 Grad Kühlertemperatur. Und bei 70 Grad VRM-Temperatur, zumindest was der Sensor hier anzeigt. Wir hätten noch genug Spielraum nach oben. Und von daher ist es wieder wirklich top, was Asus hier abliefert. Wir haben eine bessere Spannungsversorgung wie beim Omega. Obwohl wir es jetzt in unserem Test nicht 1 zu 1 vergleichen können. Da uns der 9980XE nicht zur Verfügung gestanden hat. Allerdings kann man halt auch mit dem 7980XE hier eine Tendenz absehen. Wie gut das Ganze dann funktionieren würde, wenn man ein bisschen höher gehen möchte mit einer Custom-Wasserkühlung. Auf jeden Fall wird hier unter normalen Bedingungen auf jeden Fall nicht die Spannungsversorgung im Weg stehen. Und wenn wir LN2 benutzen, dann ist die Spannungsversorgung nochmal kühler, weil das Mainboard durch den Pod mit runtergekühlt wird. Der eine oder andere hat von euch vielleicht schon mal Videos gesehen, wo mit LN2 Extreme Overclocking betrieben wurde. Zunächst schauen wir uns an, wie hier die Festplatten performen. Da schauen wir uns einmal die M.2 Performance an mit einer Corsair MP600. Dann mit einer Crucial BX100 schauen wir uns die SATA Performance an und mit einer Samsung Portable T5, wie das Ganze bei einer externen Festplatte ist, also über den USB 3.1 Generation 2 Anschluss. Bei der Bandbreite der SSDs erreichen wir bei der SATA Festplatte 556 MB, liegt also im normalen Bereich. Bei der externen erreichen wir 560 MB und somit auch im normalen Bereich. Bei der M.2 SSD erreichen wir allerdings nicht die Werte, die wir sonst erreichen. Hier handelt es sich ja, wie bekannt ist, um eine Corsair MP600. Die kann deutlich mehr. In einem AMD X570 Mainboard erreicht diese bis zu 5000 MB. Und wir erreichen hier nur 3100 MB. Wir werden allerdings nochmal die anderen Slots ausprobieren und gucken, was wir da erreichen. In diesem Slot erreichen wir 35 Grad maximal. Getestet haben wir das bei 64 GB. Und dann haben wir allerdings nochmal einen Nachtest gemacht mit 1 GB, um zu sehen, ob das Ergebnis wirklich stimmt. Aber das Ergebnis ist trotzdem so, wie ihr es hier sehen könnt. Und gut, dann werden wir da als nächstes die M.2 umbauen und mal in den anderen Slots testen. Wir haben die Corsair MP600 jetzt in mehreren Slots ausprobiert. Die beiden Slots, die direkt auf dem Mainboard sind, also das ist der erste und der zweite, die laufen über den Chipsatz. Deswegen erreichen wir auch nur 3100 MB. Das Ganze haben wir auch nochmal mit einer Samsung 69 EVO ausprobiert. Da sieht es genauso aus. Hier scheint irgendwas das Ganze zu begrenzen, obwohl wir den Chipsatz nicht komplett auslasten. Und dieser ja zur CPU vier PC-Express-Lanes bereitstellt. Also PC-Express 3.0. Muss man natürlich dazu sagen. Ja, jetzt haben wir die Corsair MP600 auf den Rogue Dim.2 verbaut. Und wie wir sehen können, wir erreichen hier in Crystal Disk 7 3500 MB und das Ganze auch in Crystal Disk 6. Also falls sich mal jemand gefragt hat, wie sind die Unterschiede da zwischen der 7er und 6er Version. Wer sieht das jetzt hier? Ja, 3500 MB ist so der normale Rahmen. Klar, 4000 MB wären es rein theoretisch, aber wir haben noch Protokolldateien. Deswegen erreichen wir diese 4000 MB nicht, die vier PC-Express-Lanes rein theoretisch zur Verfügung stellen. Ja, wir haben jetzt noch den 7980 XE verbaut. Wir werden jetzt mal den 7800 X verbauen und gucken, ob die Rogue Dim.2 noch funktionieren dann. Weil in der Anleitung sah es so aus, als ob es das nicht tun würde. Aber gut, wir testen das Ganze mal und ich hoffe es funktioniert, weil sonst müsste man bei einem kleineren Prozessor, also der nur 28 oder 24 Lanes zur Verfügung stellt, auf die Anschüsse, die über den Chipsatz laufen, zurückgreifen. Ist jetzt zwar nicht so ein großer Verlust, aber dennoch wäre es schade. Wie ihr sehen könnt, der i7-7800 XE ist jetzt verbaut und wir schauen mal unter Datenträger, unter ATA, ob die Corsair MP600 erkannt wird und wir sehen, dass sie nicht erkannt wird. Wenn ihr also einen Prozessor habt, der wie der i7-7800 XE jetzt nur 28 Lanes zur Verfügung hat, ja, dann könnt ihr die M.2 SSDs nicht auf den Rogue Dim.2 verbauen. Allerdings muss man sagen, dass die 9000er Modelle alle mehr PC-Express Lanes haben und dementsprechend sogar der kleinste Prozessor, also der 9800 XE, ganze 44 Lanes zur Verfügung hat und dementsprechend könnt ihr halt nur den Rogue Dim.2 nicht benutzen, wenn ihr ja jetzt die kleinere Modelle habt mit 4 oder 6 Kernen. Aber auf so einem Mainboard verbaut man sowas eigentlich nicht. Das Mainboard kostet fast 700 Euro und ja, ich gehe immer stark davon aus, dass hier größere Prozessoren im Alltag drauf verbaut werden. Von daher wird es dann keine Probleme geben. Ja, das war es auch schon fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch unsere Gewinnspieler an, die laufen aktuell, also jetzt im Dezember noch und abonniert unseren Kanal. Schaut auch mal bei YouTube Community vorbei. Dann auf den Instagram-Account, da zeigen wir ab und zu schon mal ein paar Videos vorher. Auch einen Teil dieses Videos haben wir schon vorher veröffentlicht. Den Teil, den wir hier natürlich gerade aufnehmen, noch nicht. Auf Facebook könnt ihr uns natürlich auch besuchen und auf Twitter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal.